. Krasses Geständnis, Bela Klenze hätte fast Ben verloren! Was für eine Lied-Stanze-Folge für Anna Nechiti und Bela Klenze . . Während seines Quick-Steps zum Song Winifind Lowe Agaim von James Blunt, 44, knickte der Schauspieler plötzlich um. Er versprach allerdings, nach einer kurzen Unterbrechung zurückkehren zu wollen. . Die Behandlung scheint angeschlagen zu haben, denn das Duo performt zum zweiten Mal. . Kurz vor dem Comeback macht der 29-Jährige klar, er will kein Mitleid und macht dabei ein überraschendes Geständnis. Der Alles-Was-Zählt-Star hat eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich, wie er offen vor dem Publikum gesteht, vor zwei Jahren habe ich fast mein Bein verloren. . Zwei Jahre später stehe ich hier und ich will weiter tanzen. . Mir wurden jetzt zwei Spitzen reingejagt, aber wir kriegen das hin. Eigentlich hatte er die Geschichte für sich behalten wollen, denn er wollte keine Extra-Behandlung durch die Jury. . Um die Hinterrunde seiner Verletzung zu erklären, erzählte er sie dennoch. . Allein für den Mut, den Auftritt durchzuziehen, bekamen Unstanding Ovations von den Zuschauern im Studio. Mit Leid erhielt der Herr Büttenzer, genau wie es auch in seinem Sinne war, nicht von der Jury. . Du hast das Beste aus der Situation gemacht. . Natürlich wart ihr keine Einheit mehr. . Ich bewerte das so, wie die Leistung war. . Das haben die anderen aus Respekt auch verdient, lautete Joachim Lambes, 53, ehrliches Urteil. . Für den quickste Pimston und Tanzpartnerin insgesamt 17 Punkte ein. . Alle Infos zu im Spezial bei RTL.de. . . . . . . .